Hallo meine Lieben und schön, bis ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Disney vs. Original. Heute behandle ich die liebe Prinzessin Aurora oder auch Dornröschen. Wie wir ja alle wissen, wächst unsere liebe, gute Aurora bei den drei guten Fähen im Wald auf. Im Original darf sie zum Glück bei ihren Eltern im Schloss groß werden. Daher weiß sie auch, logischerweise, dass sie eine Prinzessin ist. In unserer Disney-Version jedoch geht Aurora davon aus, dass sie ein stimmnormales Bauernmädchen ist. Nun ist es ja so, dass sich das Mädchen noch vor ihrem 16. Geburtstag an der Spindel eines Spinnrades stechen soll und dann sterben soll. Zum Glück gibt es ja die guten Fähen, die diesen Zauber nicht rückgängig machen können, aber ihn zumindest lindern. Und wie wir ja wissen, ist das ja eigentlich in fast jedem Disney-Märchen so. Die wahre Liebe, sobald sie da ist und der Kuss der wahren Liebe stattgefunden hat, kann das Mädchen wieder zum Leben erweckt werden. Im Original muss die Gute leider 100 Jahre schlafen. Wo wir ja dann auch gleich schon beim Prinzen wären. Wie gesagt, in der Disney-Version wird sie wachgeküsst. Nach einer Stunde. Man weiß es nicht genau. Circa eine Stunde. Vom Prinz Philipp, den sie ja auch kennen. Das ist ihr geliebter Prinz Philipp. Im Original ist es dann ein wildfremder Prinz, der mal eben 100 Jahre jünger ist als sie. Ja und was haben die beiden Mädchen gemeinsam? Sie stechen sich in den Finger an einer Spindel. Und das waren meine 5 Fakten zu Aurora Dornröschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mich natürlich gerne bewerten, indem ihr mir einen Daumen nach oben oder auch nach unten gebt. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, welche Version euch besser gefällt. Aurora Disney-Version oder Dornröschen, die Grimm-Version. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.